In Airlines Europe geht es darum, Airline-Netze aufzubauen und so Punkte zu erlangen. Zunächst wird das Spiel vorbereitet. Je nach Spielerzahl werden folgende Airlines aus dem Spiel genommen. Bei 5 Spielern keine. Bei 4 Spielern werden die gelben Air Amigos Karten aus dem Spiel genommen, bei 3 Spielern zusätzlich die violetten Lucky Hunts Airways Karten und bei 2 Spielern zudem noch die blauen Karten. Der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt. Auf dem Heimatflughafen jeder Airline, die sich im Spiel befinden, wird ein Markierungsstein der entsprechenden Farbe gesetzt. Selbes gilt für die entsprechenden Felder auf der Kursleiste. Die Bonusverbindungsmarker für die Airlines mit den geringsten Flugzeugen, welche orange, grün, grau und weiß sind, werden auf das entsprechende Feld neben ihrer Zielstadt gesetzt. Die Flugzeuge werden nach Airlines getrennt und sortiert. Die Siegpunkte-Chips werden neben dem Spielplan gelegt. Der jüngste Spieler ist der Startspieler und erhält einen Siegpunkt. Nun erhalten im Uhrzeigersinn alle Spielerei um einen Siegpunkt mehr als ihr Nachbar. Die Siegpunkte werden verdeckt, vor sich abgelegt und im Spielablauf geheim gehalten. Die Geldscheine werden neben dem Spielplan gelegt. Für jeden Spieler werden 30 Millionen Euro benötigt. Bei weniger als 5 Spielern wird das überzählige Geld aus dem Spiel genommen. Jeder Spieler erhält 8 Millionen Euro. Zudem erhält jeder Spieler eine Spielhilfe. Die Aktienkarte der Air Abacus werden verdeckt, neben dem Spielplan gelegt. Die 3 Wertungskarten werden aussortiert. Alle Aktienkarten der sich im Spiel befindlichen Airlines, abgesehen von der Air Abacus, werden gemischt. Die obersten 5 werden nun an den linken Rand des Spielplans gelegt und bilden den Aktienmarkt. Jeder Spieler erhält nun 8 Aktienkarten auf die Hand. Sollte er nur Aktienkarten einer Airline erhalten, legt er seine 8 zurück und zieht 8 neue. Nun wird jeder Spieler 2 Aktienkarten verschiedener Airlines, welche er verdeckt vor sich ablegt, wonach alle Spieler ihre ausgelegten Aktienkarten gleichzeitig aufdecken. Diese Karten bilden den Aktienbesitz. Nun wird der Anachziehstapel gebildet. Es werden die obersten 10 Karten verdeckt abgezählt. In diesen Schlusswertungsstapel wird nun eine Wertungskarte eingemischt und daneben den Aktienmarkt platziert. Von dem restlichen Stapel wird nun ein Viertel abgehoben und beiseite gelegt. In den restlichen Stapel wird nun in die Mitte eine Wertungskarte gesteckt. Dann wird dieser neue Stapel auf den Schlusswertungsstapel gesetzt. Unter das zurückgelegte Viertel wird nun eine Wertungskarte untergeschoben. Dann wird auch dieser Stapel auf den restlichen Stapel gesetzt. Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn, wobei der Startspieler beginnt. Sobald ein Spieler an der Reihe ist, muss er eine von vier Aktionen ausführen. Option A ist, eine der zwei Streckenlizenzen zu kaufen und eine Aktie auf diese zu nehmen. Der Spieler kauft also eine verfügbare Streckenlizenz auf einer beliebigen Strecke für eine beliebige Airline. Die Lizenzen sind durch Kreise mit Nummern auf dem Plan markiert. Um eine Lizenz zu erwerben, stellt der Spieler ein Flugzeug der entsprechenden Farbe auf das gekaufte Feld und bewegt danach die Figur der entsprechenden Farbe auf der Kursleiste um die angegebene Zahl auf der gekauften Lizenz weiter. Dann bezahlt er die Zahl auf der Lizenz in Millionen. Hier muss beachtet werden, dass man immer nur die momentan billigst zu erhaltene Lizenz auf einer Strecke erwerben kann. Man kann auch nur eine Strecke erwerben, die mit dem entsprechenden Heimatflughafen der Airline oder einer sonstigen gekauften Strecke in direkter Verbindung steht. Lizenzfelder, die bereits gebesetzt sind, dürfen nicht erworben werden. Jeder Airline darf außerdem nur ein Lizenzfeld auf einer Strecke erwerben. Danach darf der Spieler eine weitere Lizenz kaufen, wobei dieselben Regeln gelten. Es dürfen maximal nur zwei Lizenzen pro Zug erworben werden. Nachdem der Spieler seinen Kauf oder Käufe vollzogen hat, nimmt er eine beliebige Aktienkarte vom Aktienmarkt, wobei der Markt danach sofort von dem Nachziehstapel aufgefüllt wird oder eine Karte direkt vom Nachziehstapel und nimmt sie auf die Hand. Es gibt auch Bonusverbindungen für die vier Airlines mit den wenigsten Flugzeugen. Diese werden erworben, wenn eine dieser Airlines eine Verbindung zu den auf den Bonuskarten angegebenen Städten herstellt. Der Spieler, der den Kontakt zu dieser Stadt aufbaut, erhält die Bonuskarte. Hier wird die Figur auf der Kursleiste dann noch einmal um die angegebene Zahl auf der Bonuskarte weiter fortbewegt. Option B ist, Aktionen von der Hand auszulegen und Geld zu erhalten. Der Spieler legt entweder eine beliebige Anzahl von Aktien einer Airline oder je einer Aktie von zwei verschiedenen Airlines zu seinem Aktienbesitz. Anschließend erhält er für jede Aktie, die er ausgelegt hat, zwei Millionen Euro aus der Bank. Option C ist, Air Abacus Aktien zu ertauschen. So kann er für eine Aktie eine Air Abacus Aktienkarte oder für drei Aktien zwei Air Abacus Aktienkarten ertauschen. Bei einem Tausch wird der Spieler dann die Anzahl der eingetauschten Karten aus seiner Hand oder seinem Aktienbesitz ab und nimmt die entsprechende Anzahl von Abacus Aktienkarten auf die Hand. Es kann pro Zug höchstens zwei Abacus Aktienkarten erworben werden. Air Abacus ist eine spezielle Airline, die keine Flugzeuge oder Streckenlizenzen besitzt, aber bei jeder Wertung eine festgelegte Anzahl von Punkten bringt. Option D ist, sich Geld zu nehmen. Hierbei erhält der Spieler acht Millionen Euro aus der Bank. Wenn eine Wertungskarte vom Stapel gezogen wird und in den Aktienmarkt gelegt wird, wird gewertet. Die Wertungskarte erhält der Spieler, der als nächster am Zug ist. Danach wird die Aktienkarte wieder auf fünf aufgefüllt. Wird eine Wertungskarte von einem Spieler direkt gezogen, gibt er die Karte gleich zum nächsten Spieler. Dann erhält der Zieher die oberste Karte vom Nachziehstapel als Ersatz. Nun wird zunächst der Aktienmarkt geleert, wo sich nun reihe um jeder Spieler eine Karte vom Aktienmarkt auf die Hand nimmt, wobei der Spieler mit der Wertungskarte beginnt. Erst nachdem der Aktienmarkt leer ist, wird er wieder komplett aufgefüllt. Nun werden die Siegpunkte pro Airline verteilt. Begonnen wird mit der Airline, die auf der Kursleiste am vordersten ist. Die Zahlenfolge neben dem Wertungsbereich, in dem sich die Figur befindet, gibt die Siegpunkteverteilung an. Der Spieler, mit den meisten Airlines der entsprechenden Art in seinem Aktienbesitz, erhält Siegpunktechips in Höhe der ersten Zahl auf den Wertungsbereich. Systematisch erhalten dann die Spieler mit den geringeren Aktien die entsprechenden Siegpunktechips. Spieler, die keine Aktien von dieser Airline haben, erhalten keine Punkte. Zuletzt werden die Siegpunkte für eher Bacchus verteilt. Ihre Siegpunkteverteilung ist auf dem Spielplan auf dem aufgedruckten Notizblock festgehalten. Nachdem gewertet worden ist, geht das Spiel weiter mit dem Spieler, der die Wertungskarte hat, welche nun aus dem Spiel genommen wird. Das Spiel endet direkt nach der dritten Wertung. Der Spieler, mit den meisten Siegpunkten gewinnt, bei Gleichstand gewinnt derjenige von ihnen, der mehr eher Bacchus Aktien hat. Bei erneutem Gleichstand wird der Sieg geteilt.